Was ist das? Kannst du Dubschart zitieren? Quatsch. Ich glaube, er hat irgendwann mal Yeah gesagt. Yeah. Ey, das geht doch schon. Guck mal, wie viele Treffer ich schon wieder hab. Und damit soll ich den Boss schaffen. Jo. Yeah, er ist tot. Okay, wo gibt's einen Continue Button? A Button, Stage Select, oh. Da war die Zeit beim Pepper Mario Stream dabei. Wie? Wer war dabei? Na, kann sein. Na, kann gut sein. Nochmal die ganze Zeit schon vorne. Weil es ja so Spaß macht, aber ich glaub, darauf haben wir uns alle eingestellt. Und zwar genau an dem Punkt, an dem ich den traurigen Smiley hinter meinen Namen vom Video gesetzt habe. Den Raum habe ich gar keinen Bock. Der dauert so lang. So, weg ist der. Ich will darüber springen irgendwie oder so. Aber ich glaub, es geht nicht. Jochen! Was? Oh Jochen. Oh Jochen. Denk ist auch noch. Du bist Jochen. Sie sich bewegt und hast du nicht gesehen. Sprung. 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 Töten. Snavejo Reflexe. Oh, dann nicht dran denken, dass er dreimal schießt. Auch schlau. Und darauf. Yes. Der ist echt gar nicht so einfach, glaub ich, den ich grad gemacht hab. Aber okay. Auf jeder Plattform kommt ein so'n Kopf. Ja. Und nicht der Sprung wieder. Okay. Vielleicht wär's einfach, einfach den Treffer zu kriegen und runterzufallen und hochschießen. Jochen. Ich weiß nicht, ob bei Mega Man 1 auf dem NES gibt's manche Stacheln, die immer in Standtests. Egal ob du Treffer voll kriegst. Ah. Ich will mich hier nicht trauen. Nöp. Möp. Möp. Jöööö. Kennst du das Spiel RL? Das ist das? Nein, das kenn ich nicht. Kommt dann nicht dran. Schick mal Link. und wir machen den leiter dance ok reflexe und in die falsche richtung schießen aber reflex habe ich sehr cool nicht aus und aber er ist tot und ich habe gleich wieder den checkpoint mit geduld und in mit geduld in den in seine patronen reinschießen einspringen du stirbst und das feuer kenne ich jetzt man kann der checkpoint ist das eigentlich auch aber das macht treffer und treffer sind blöd man kann denn der checkpoint kann der ist echt so spät holy shit ist das ein scheinheit weiter ich habe nicht gerade viel mehr kaffee die droppen auch nichts die gegner gar nicht ja leben noch ein leben danke das ist ein tolles leben da und da super mich gefreut erholt ich bin schon lange hinter dem checkpoint oder ja wie soll ich da vorbeikommen das geht nicht dauerhaft springen ja es gibt echt zwei checkpoints okay gar nicht gemerkt ich hätte mir einfach töten sollen das leben wollen ja hätte ich mir gar nicht genau und leben höh 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 du bist tot und jetzt noch du noch mal die machen das so viel treffer einer meinte du kannst ihn von der treppe aus abschießen ja das habe ich auch gedacht aber das glaube ich nicht man kann man kann nur so hoch das ist die höchste stelle da habe ich auch versucht und dann geht er sofort hoch ja danke für den tipp wb kirak aber weg ja du hast gar nicht verpasst ein paar tode etwas und du stirbst na gut ich habe keinen treffer gekriegt und feuer ja der beste sprung er braucht ja hier immer noch feuer mann immer noch dummer feiern woher wie soll man das hier ne kirak da bist du doch bestimmt besser ok den trägt sich jetzt so ein bisschen aus kann er mich hier gar nicht zu für jeden normalen gegnern paddern er ist so sniper sowieso höh 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 und schießen wir sind kp ok wenn man nicht zu nah an die rangeht dann gehen sie eigentlich ist besser eigentlich leiter dance den löst du herr der ringe ok ok keine reflexe ich habe keine mehr höh 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 sag mal wie stelle ich mich an du kennst das spiel ja ich habe fast wieder volle café cool aber echt es gibt nur so wenig städtis aber die haben sie relativ lang gemacht muss man sagen da wollte ich gerade sprengen auch ok und noch mal jetzt hat er mich ausgetrickst nein kann er nicht was kann ich nicht nein egal wie oft ihr noch fragt ich warte jetzt immer bis sie über diesen plattformen sind weil dann können die was drauf nein damit haben wir nicht gerechnet dass wenn du bei größeren sprung immer so nah an den rand gehen muss wie möglich ich jetzt ich kenne mich hier ich kenne mega menschen das ist nicht nur beim gehen wollte aber ich habe keine ahnung wie ich das hier machen soll hat man kleinen sprung versucht das klappt auch nicht und das gleiche mal irgendwie rückwärts okay hier trifft er mich nicht merke ich mir jetzt mal zum boss kommen ja hier schon mal ja ich bin doch gar nicht noch dreimal so ein typ mindestens da hat jetzt kommt was ist das okay das ist eine komische boste aber ich glaube das heißt was man kann ich doch nein also ich habe jetzt ein mal gucken und dann versuch ja probiere so lange zu leben wie möglich damit er einmal alles tut crash man es wäre so geil gewesen macht der ganze kira ich sag mir mal macht er noch was anderes oder hatte ich gerade irgendwie komisches glück weil dann scheint er mir hat echt machbar ich will gerade auf kira es meine warten weil ich habe gerade keinen bock zu verlieren er macht nicht viel okay gut weil ich will jetzt schaffen selbst damit will ich klarkommen ich komme aber gar nicht mit klar ich komme gerade vor nicht mit er ist ziemlich nahe dran das ist ein bisschen komisch waren war ein bisschen weiter weg von mir auch da habe ich dich ha 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 dass wir trotzdem immer sicherheitsweise ausschreiben sie auf ja mach gleich erst mal will ich hier außen ok nicht außen wo habe ich was denn auch das schon mal besser aus der steht gerade einfach nur da irgendwie schreibt ihm irgendwie auch also a1 b1 2b 2d und 4c was ist ist feuer auf eis effektiv oder ist das irgendwie ganz anders weil es könnte ja also feuer effektiv sein man weiß es ja nicht was habe ich richtig aufgeschrieben was a b c d f wir sind noch zahlen dabei ne feuer auf eis ok ja ich weiß jetzt auch dass ich nur noch kontinuier machen dann sollte es egal sein wenn ich habe es aufgeschrieben okay jetzt kommt die lustige stage 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 ja von ipod ist ein app stage hier sagt feuer war schon immer auf eis ich habe ihn gefragt ja bei jedem programmanteil ist feuer aber es ist auch feuer oder ne wasser ist aber auch feuer und man weiß nicht wie die das werden im spiel ja aber wenn der man eis mann ja trotzdem wenn ihr keine bessere reinfolge wie du bist vielleicht von der wiese bauke ich will ich jetzt wenn ja auf jeden fall aber wenn diese gleich vielleicht im live stream irgendwann mal naja ich will die wachen ausprobieren ja branche audi ist genau wie in megamann links mehr als wer hätte das gedacht das ist ja auch so überhaupt nicht weg aber das ist das game wollte er weiß was sie machen können schmelz blöcke ich habe das gefühl dass sie so was das wäre cool gemacht wenn die schmelzen wenn ich feuer attacke machen aber ich will es nicht ausprobieren ja es leckt scheiß leg ach das war ein taktischer tot habe ich gerade gesehen weil ich habe nur leben ja genau so heißt man noch mal okay aber ich mir passt doch nicht so hier kann man echt viel durchgehen ich sollte nie wieder so was sagen jeder jeder der so was sagt da passiert irgendwie was okay das war ganz cool das war ja nicht cool nicht gar nicht gut drauf was aber nicht wirst du vielleicht man wird aber nur ein 23 prozent wer schreibt das glaube ich nicht habe ich noch nie durchgespielt und weil sie nicht ich habe wieder alles hat mir so viel gehalten das ist ja cool ich würde eigentlich nicht spiel mir könnte das mit borderlands und vielleicht mag weg aber das war oder auch mal so wie lange bleibt er denn da außerdem was machen megamann gibt es die gegner schon in megamann 1 sonst was machen wir gern zwei gegner hier ich komme nicht zum stillstand gut das wird ein langer gegner ja klar ich spiel auch gott in call of duty spiele ich natürlich auch ja natürlich nein spiele ich nicht